herzlichen willkommen zu einer weiteren folge auf der karte in thüringen wir erden aktuell 460 ab mit mais werden wir gleich noch mal eine fuhr verkaufen die lage hat leider noch halben sieben Minuten drinnen geht nicht ist zugedeckt und die meldung noch 0-0 da ist nicht so schön so jetzt mal verkaufen aber gut da soll ich noch hinterher weiter zu machen so kann man sehen wo die karte fliegen hier ich klicke mal an und dann fahren wir da hin wo am besten mit besten fahren wo am besten mit besten fahren wo ein anderes Stück besser ist rechts da wir an der Straße fahren gut man muss auf die Straße schauen ja wir können auch rechts fahren die nächste rechts Bisschen Beilen. Lkw scheinen sich ein bisschen besser zu fahren. 67 Tonnen. Das stimmt. Da ist viel Wald. Tut nicht blöd. Wenn das bei jeder BGH ist. Das ist vielleicht am nächsten Mal vorhanden. Bei Kaum, wenn man weiß. Den Deckel zu. Der Ei hat weniger. Das kann ich fast schon drei Folgen bringen. Am Tag. Auch nicht so. Wie die Jahre. Das ist jetzt so viel. Oh, das war knapp. Noch mehr knapp. Nein, nein, nein. Nicht die Tausend so her schubsen. Aber wenn der Verkehr so aggressiv wird, dann muss ich auch stellen. Dann ist ja... Kann ja nicht sein, dass der so schubs wäre. Ist ja... Wirklich noch mal. Ist doch hier aber auch noch nicht gewesen. Also ich muss meinen... Entweder ganz oben rechts. Oder oben links. Nach drunter. Jetzt habe ich mich gleich überholen in der Kurve. Zu gut. Und... Aber hier der Übergang sieht gut aus. Denkst du, geht hinten weiter. Gefällt mir. Das ist nur eine Technik, die man in eine Karte real... ...hutbringen könnte. Theoretisch... ...muss es da gehen. Schöne Kostenfrage. Oh, wie wir Werbung hier. Witter schönes. Thüringen. Und... Ah... Dann auch. Ja, ja. Rechts überholen. Na gut. Ist von KI-Verkehr verlangt. Geist mal einfach hier, um zu kommen. Wenn das Geld reicht, fahrgst du zum Hof. Oder Hof, genau. Oder wie geht's. Na, kommst zurück. Wieder hier hoch. Zum Berg sind schon. Umgewicht, ja. Geld. Ja. 54.000. Toll, fahren wir jetzt rechts. Geht's da hin? Sackgasse. Ja. Das ist ja nix. Der fährt mir voll rein. So schnell kommst du gar nicht rüber. Ja. Verkauf ist die halbe Folge. Hehehe. Nein, ich muss immer draus nehmen, wie er wird. Damit der Cosplay damit klarkommt. Mit dem Fahren. Mit der Unterstrengung muss ich ein Cosplay machen. Ja. Aber das ist die Arsch, das ärgert mich. Also es ging so gut voran. Und da geht nur die Hälfte. Und überhaupt. Und da waren fast 3.000. Das liegt ja wirklich. Und das hätten... Ja. Sehr viel Krude, ne? Das waren dann mehrere Folgen Arbeit. Da waren die Schose mähen. Schwatten. Und sammeln. Und verdichten. Dann werden fahren die auch gesetzt die Kamera. Hehehe. So knapp 60 fahren die auch. Ist schon okay. Okay. Ein Traktor ist doch ganz gut. Das heißt, wenn ein Traktor sehr langsam ist. Dann wirst du doch hinten gerammt, wenn du Peck hast. Aber hier. Ein Traktor zu fahren. Ist eigentlich nicht das Lagerhof einsaktiv. Aber jetzt wo nicht reicht das Geld. Gut, wenn man eine Karte vorher nicht gespielt hat. Dann kennt man die Eigenheiten nicht. Hat hier woanders gestartet. Mal sehen woher die Felder dann hier vom Hof eins gekauft. Vielleicht. Mal sehen. Wieder verkaufen. Oh ja nicht. Aber es ist eh bald vorbei, diese Aufnahm-Session, ich wollte die letzte sein, die letzten voll knallig am Samstag rein und spätestens Freitagabend mit Neujahr auf, Sonntag. Die nächsten, die allerlächsten Folgen, kommt dann die Samstagaufnahme und der allerletzte Rest für Sonntag. Ja, das ist schlecht. Dann fahrt so nix, können wir nicht reinfallen. Aber mit dem Kursplaner geht ganz gut. Wenn der Verkauf und Kurswerk klappt, wenn er eingefahren ist, vor diesem Mond, da geht's auch vorwärts. Dann fahrt so nix, wenn die Neujahr flug, dann kommt man ja nicht mehr. Dann fahrt so nix. Nein. Nein. Dann fahrt so nix. Malnehmen. Malnehmen. Dann fahrt so nix. Malnehmen. Am dialect. Dann fahrt so nix und aktiviert den whistleern. Dann fahrt so nix. Malnehmen. Kamat sie da. Malnehmen. Da hinten fahrt so nix. Wir haben. Oh, okay. Let me go to the train. Das ist ein richtiges Ding. Dann lass ich jetzt her, gell? Ist das noch ein bisschen schwer? Oder wollte ich... Oh, nein, das war. Nein. Will der hin? Meinmal ist er quasi frisch. Gut. Schau mal aus dem Hof. Ja, keine Anzeige meine. Das verstehe ich nicht. Ist doch ihre Anzeige. Okay. Null, null. Muss ich normalerweise anzeigen. Malerweise müsste er... ... 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 Aber so waren wir mit Freunden, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Würden wir über ein Like freuen. Habt ihr denn über ein Abo. Vor allem, fahrt da mal wieder rein. Das geht um. Gut. Dann seid mal Winkelwinkel dabei. Bis zum nächsten Mal.